Hallo und Herzlich willkommen zu einem Serverprojekt wie sie zahlen was sollt man auch gleich mal auf den Server aktualisieren runter wartet so dann komm ich wieder auf den Server so nicht wundern ich hab ein Level ich bin im Speedmodus ganz weit weg woanders wir hatten schon mal Diaz und sowas also ich will jetzt auch nicht so viel Farben aber ich fand es einfach mal kurz Holz das ist Nacht was natürlich sehr schön ist und ich habe mir hier extra was bei der Schlucht ausgesucht und ich will auch absichtlich ohne Texture Pack weil vielleicht für den einen oder anderen der der vielleicht kein Texture Pack oder überhaupt Minecraft kennt da ist es ja vielleicht ein bisschen unlogisch Schwert muss auf die 1 kommt ich auch mehr aus dem Spiel zocken und dann die Kirchen der Nähe ist so zu tun gibt's auch Kohlen 9 aber man drei Stück dann warte 1 1 1 aber wir stellen den gleich noch auf 2 oder soll ich den auf 1 lassen dann komm ich muss auch ein bisschen Spaß mit Essen umgehen weil wir nicht viel haben weil wir auch nur Pferde sind und die uns ja wie ihr vielleicht wisst 1.8 kein Essen geben doch ich kann mein Axt so und 1 zocken auch so nicht kurz noch so die war doch da sind okay die können wir haben passt zwei stück okay und dann meinte ich schon das was ich gemeint habe hier ist ein creeper den sollte ich aber mit einer Axt zerlegen können nein du explodierst mir nicht ach das ist ein bisschen doof und da ich jetzt auch nicht regen kann noch besser aber ich hoffe dass wir hier das erste fürs erste wieder zu machen können ja geht so das ist und die heutige Schuhe mit dem schnellen Schwert machen Okay, wie ihr seht, das ist mir nicht so geheuer. Woll ich mich erstmal an die Wand an. So. Wie gesagt, Unrüstung und sowas ist mir nicht geheuer. Und unessen fürs erstes ist mir auch nicht geheuer. Also, Standort auf die 1. So. Ich will so nicht groß in die Länge ziehen. Naja, die bemerkten mich sowieso nicht, ob ich sneak oder ob ich nicht sneak. Ich habe jetzt brutal, dass es sofort hinter mir einer ist. Gut, aber so wie es aussieht, nicht. Okay, da müssen wir auch gleich noch was zu essen besorgen. Sollte ich auch gleich hinkriegen. Aber fürs Erste will ich nur einen Eingang haben. Und dieser Eingang ist hier. So. Das heißt, ich gehe jetzt runter in die Höhle. Auch ins bisschen... Naja. Das heißt, Höhle. So, Monsterjäger hätte ich schon mal. Kein Eisen. Und nur zwei Mops. Na, egal. Hat mir jetzt noch nicht viel gebraucht. Okay, Eisen. Nice. Okay, okay. Ich habe doch da was. Ja, was ist doch hier, du glattes Zombie. Rottenflächen noch besser als Kehnfläche. Und noch ein Eisen. Und noch ein Eisen. Ja. Gute Eisenanzahl. Yo. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Man hat ja nur eins gesehen. Oh, wie krass. Viel Eisen. Ne, zwölf Eisen. Und ich habe eigentlich nur eins gesehen. Dafür reicht aber auch nur ein Ofen. Naja, ist ein bisschen mangelhaft. Deswegen hoffe ich, dass gleich wieder Tag wird, du. Ich bin ja so gut wie tot. Okay, bis zum Stein habe ich mich mitgenommen. So. Pomsniki auch die ganze Zeit. So hat er wieder Tag. Nein, dachte ich nur. So, ja, hier daneben. So ein kleiner Augenpinkel. Ich muss hier noch gleich ums Essen kümmern. Auf jeden Fall ist schon mal Tag geworden. Und das erfreut mich schon sehr. Und ich bin auch so schlau gewesen. Und habe es mir hier oben gemacht. Und noch ein Krull. Da gelassen. Okay, die Höhle muss ich mal ausbauen. Ausbauen. Ich bräuchte sehr dringend was zu essen. Ich muss den Tag vielleicht nutzen. Es ist doch Tag, aber warum stirbt denn nicht? Oh, so es regnet. Hä? Ist das ein Pack? Eigentlich sollte es in der Wüste nicht regnen. Sollte nicht genau das Gegenteil sein. Hier habe ich doch einen Schluck gesehen, oder? Okidoki. Super. Eine Schlucht. Mit Lava und ein paar Schweinen, die in Zerderben springen wollen. Natürlich könnte ich so versuchen, irgendwie in die Lava zu schubsen, aber da ist die Gefahr zu groß, dass sie dann auch sterben. Nice. Das hätte ich nochmal kassiert. Dass der mir ja nicht runterfällt. Kommt, Spiny. Ja, brawe Schwein. Naja, ich verliere halt dann die ganzen Schaden bekommen. Ich bekomme dann den ganzen Schaden. Na, passt schon. Nice, aber das ist aufgesammelt. Bitte nicht drunter fallen. Ok, gut. Dann geht es hier schon mal nicht drunter. Ok, dann habe ich nochmal ein bisschen Eisen. Eisen brauchen wir jetzt auch sehr dringend. Und ich will nicht verhungern. Das ist auch mal wieder ein Punkt. Und im nächsten Part, was heißt Part, Folge, ich kann noch mehr auf den Tag bringen, das ist mir eigentlich auch egal, aber es dauert ein bisschen arg lange, die halt dann zu uploaden. Ich weiß, dass hier noch ganz viel Kohle, äh, das ist Kohl-Eisen rumliegt. Ja, komm, das Eisen, das kann ich mir auch holen. Eigentlich hätten wir uns ganz heißen, aber da bin ich ganz unten. Das heißt, hier runterbuddeln. Ich will nicht in die Lava fallen. Aber da ist doch... Ok, das ist ein Eisen. Kann man ja mitnehmen. So. Mal wieder hochbahn. oder wer weiß vielleicht bin hier noch ein paar die x-part alleine wer weiß man kann es nicht wissen die verprallt mir dann gleich das essen habe ja auch nicht so viel viel versorgt das eisens fertig sein natürlich in 1 fläschungs andere eisen rein so dann muss ich auf jeden fall machen muss ist brustplatte schwert die kommen mit stein wird kann ich auch fürs erste überleben aber ein bisschen zu können nicht schlecht zum Beispiel von unten fläschte aus schütten uns auch für eine Weile erst mal hat halten und danach würde ich sagen beende ich auch dann diese Folge wenn ich hier das ganze rausgebraten bekommen und so weiter kommt hier noch die Hälfte raus so zack 5 freien und dann durch das rein 1 sind spitzer Köln okay ich mache dann noch mit Schest noch eine und dann sitzt er auch noch gleich Fackeln und dann hätte sich auch dieser Raubzug erledigt das ist Raubzug es ist ja kein richtiger Raubzug aber wenigstens etwas Fackel Fackel hier hier brauch ich nur noch Schuhe ja komm okay und damit würde ich jetzt die Folge dann beenden in der ersten Folge Full Iron und tschau und tschau so so